Ja, die kalte Jahreszeit ist ordentlich im Anmarsch, man merkt es draußen, es wird richtig ungemütlich und grau. Und was gibt es bei dieser Jahreszeit eigentlich Besseres als so ein richtig schön warmes Kirschkernkissen aus der Mikrowelle? Es gibt aber was Besseres, das sagt zumindest Lena Leitheiser. Moin Lena! Hi, ja, es gibt auf jeden Fall was Besseres und zwar ganz frisch aus der Mikrowelle, ein Rapskernkissen. Ein Rapskernkissen, okay. Und warum ist das jetzt besser als ein Kirschkernkissen? Weil es einfach viel angenehmer ist, wenn man sich das zum Beispiel in den Rücken legen möchte, weil es kleine Rapssamen sind, die viel anschmiegsamer sind. Und dadurch, dass es ölhaltiger ist, hält es sogar noch viel länger die Wärme. Dann lass uns das nochmal genauer angucken hier. Das ist tatsächlich um einiges feiner. Darf ich mir das mal in den Nacken legen? Ja, das schmiegt sich so richtig schön an. Und du sagst, das ist nicht nur angenehmer an der Haut, sondern es hat auch noch weitere Vorteile. Es ist länger warm, richtig? Genau, wenn man sich das zum Beispiel mit ins Bett nimmt, dann nimmt es sogar noch die eigene Körperwärme an und kann sogar bis zum nächsten Morgen dann warm bleiben. Ja, und die schönen Rapskissen, die gibt es in allen möglichen Formen, Farben, Varianten. Und das ist auch alles Handarbeit und Einzelstücke, richtig? Genau. Also ihr könnt euch das in jeder möglichen Größe bestellen, von Handwärmer bis zum Vierkammerkissen, in jeder möglichen Stoffauswahl, die wir haben. Von ganz süßen Alpakas, aber auch zu ein bisschen schlichteren Stoffen oder auch Flamingos, genau. Und schreiben könnt ihr uns einfach über Instagram oder Facebook, über E-Mail oder auch uns einfach anrufen. Wie gesagt, für die kalte Jahreszeit eigentlich genau das Richtige, vielleicht als Geschenk zu Weihnachten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn ich sag mal, so ein bisschen Wärme können wir jetzt bald, glaube ich, alle gebrauchen. Und dann, wenn ich jetzt mal, so ein bisschen Wärme kann, so ein bisschen Wärme kann, so ein bisschen Wärme kann.